Witwen und Witwerrenten. Mehr Einkommen neben der Rente möglich. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Zum 01.07.2022 gab es ja in West und Ost eine ganz starke Rentenerhöhung. Der Rentenwert hat sich im Westen auf 36,02 Euro pro Entgeltpunkt und im Osten auf 35,52 Euro erhöht. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass sich die Einkommensfreibeträge bei den Witwen und Witwerrenten auch deutlich erhöhen. Das heißt also, wenn jemand Erwerbseinkommen oder Erwerbsersatzeinkommen neben der Witwen- oder Witwerrente bezieht, kann er jetzt aufgrund der höheren Freibeträge deutlich mehr Einkommen anrechnungsfrei neben der Witwen- oder Witwerrente behalten. Die Einkommens- oder die Freibeträge haben sich in Ost und West wie folgt erhöht. Und zwar im Westen von 902,62 Euro auf 950,93 Euro und im Osten von 883,61 Euro auf 937,73 Euro. Wer noch im Bezug der Witwen- oder Witwerrente ein Kind erzieht oder im Haushalt erzieht bis zu einem bestimmten Lebensalter, kann sogar noch ein Freibetrag von 201,71 Euro zusätzlich zu den Erwerbsfreibeträgen dazu gerechnet bekommen. Aber passen Sie auf Folgendes auf. Wer aus dem Westen in den Osten zieht, der bekommt nur den Freibetrag im Osten angerechnet. Wer aus dem Osten in den Westen zieht und eine hinterbliebene eine Witwen- oder Witwerrente hat, der bekommt den Freibetrag im Westen angerechnet. Und einen Tipp kann ich Ihnen auch noch geben. Bitte melden Sie unbedingt jegliches Einkommen, was Sie verdienen, gerade Erwerbseinkommen oder Erwerbsersatzeinkommen oder wenn sich das erhöht oder auch deutlich verringert, das Einkommen gleich der Deutschen Rentenversicherung, damit es für die Zukunft keine bösen Überraschungen gibt. Solche bösen Überraschungen erleben wir sehr, sehr häufig in unserer Kanzlei, wenn es dann um die Frage der Rückforderung von überzahlter Rente geht. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.